ich habe einen Kornbettel unterwegs gemacht der perfekte Idee aber jetzt kommen zurück ich hatte die nächsten Wurst nein nein macht das nicht die neue Zeit vom und Adrenalin ist klappt das ja weiß ich nicht der Bekann schon mal den Denkhaus ist so ab diesem Essen Vorteil ich kann was den Vorteil er hat uns was geht bei der Granaten der Fall ist weg komm einfach mit Tokay schaden die mich dann auf einmal so etwas gibt es doch gar nicht der Charter die Nordrassinger das ist doch so eine Verarsche der Charter kommt auf uns zu der Bescheid wie du gekommen bist okay Alter ich schwör's dir der Charter kommt oh mein Gott hoffen ich spreke Joki rennt Richtung euch ja Richtung Jan so wie war es mit Wurst mein Freund der Joki kam viel zu früh das heißt man kam da viel später hat wohl nicht so ganz geklappt oder ja Smoker hinter uns der Raucher schon wieder weißt du was ich geh jetzt dahin und mach den Tank dann sterbe ich aber ich hab den Defibrillator dabei und dann überlebt hier mich wieder ja gut aber to ganz einfach Curry behalte die Pipebomb mal ich hab auch eine da kommen ja noch Horden und so ich hab auch eine dabei ich werf die gleich mal wenn ich unten bin Curry du bist noch nicht runtergesprungen oder ich mach das jetzt ich mach das jetzt okay wenn du brennst tut mir es leid ne ja ja ich bleib mal hier stehen dann könnt ihr irgendwas weiß ich nicht okay er brennt Smoker wo genau weiß ich nicht aber das ist der Tank wo ist der Tank der ist bei mir der ist bei mir der hat nicht glatt getötet und da ist der Defibrillator yeah wo ist der Tank der ist da hinten bei Alice tot runter runter neben mir liegt das Ding könnt ihr mich wieder verdienen weiter warte 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 wo ich hatte ich hab's besser erster schon genommen in den großen Onkel jetzt bin ich wieder da ja jetzt Munition Leute ey Curry das Munition jo ok weiter geht's what the oh Benjamin blieb jetzt hätte verpiss dich das war ich der Action das war ich der Action wartet mal da kommt jetzt gleich ne schöne Meute Lass Alice Alice kann sterben nein ich mein wartet auf mich ja Toka los wo bleibt die Meute da ist er doch hab ich extra ne Shotgun mitgenommen Figo ja ich suche grad die Treppe hier ich find die nicht die Achter boah ich will hier hoch ich will Licht Kamata lass mich kurz healen ja ich hab nen Jockey vorsichtig pass auf den Hunter auf da ist Jockey Curry geht da nur lang alle Zombies fliegen ich glaub diesmal haben wir ne relativ gute Chance außer wir sterben natürlich aber ich renne Curry nur noch hinterher Muni Defi obwohl gib mir kurz kurz Rettendeckung damit ich mich heilen kann oder ich heile Toka das ist äh leichter geteilt ja ich weiß da ah wo ist der Defi lag da irgendwo ah Smoker Smoker Tokai ja bitte dich schön Toka ja tut mir leid dankeschön bei mir liegt stattfällst finde ich cool jetzt haben wir es schon wieder nicht da könnte ich lebt ja noch mir heißt es ist macht die Penner los laufgärte ii ist alles noch hier irgendwo schade könnte mich wieder überlegen oder ist ein Tank oh ich hab ihn gesehen da oben ich sehe ihn gerade erst hinter mir ja wollte ich gerade sagen doch einfach in den Scheiß Hubschrauber oh what the du scheiß Zombie block mich nicht ja es hat mich auch noch so ein Scheiß Mokar der Kuppen also ich muss sagen diesmal waren wir besser als vorher er hat das Scheiße Ficken Bumsen boah ey ich wollte dich wie ich hab ihn in dem Mal den Medi Scheiße da okay gehst du dann diesmal so dazu